Norddeutscher Rundfunk 2021 Liebste Genießerinnen und Genießer, willkommen zum Bildungstrinken! Da es eigentlich gibt es nur zwei Gründe, warum wir zur Republika kommen. Um zu reden und um zu trinken. Also reden wir jetzt übers Trinken mit Jörg, Hagen, Eva und Matthew und schmeißen natürlich auch ein paar Flaschen um. Give it away für diese vier tollen Menschen! Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Prost! Prost! Ich habe die Ehre, die einleitenden Sätze zu sprechen. Zuallererst die Mutti-Durchsage. Bitte guckt, dass ihr eure Gläser in Mülleimer schmeißt, damit wir hier am Ende nicht so viel aufräumen müssen. Danach, bevor wir loslegen, muss ich erstmal anfangen, Danke zu sagen. Und zwar Danke an André, der draußen steht, von uns nichts mitbekommt und dafür sorgt, dass wir auch alle was zu trinken haben. Einen warmen Applaus! Und dann, mindestens genauso wichtig, die Leute, die hier mit Schürze, Cocktailkleid und allem Möglichen bewaffnet rumlaufen und euch die Drinks geben und die sozusagen dafür sorgen, dass wir hier stehen können und ganz entspannt reden können. Unsere Namen sind jetzt ja schon bekannt. Ich habe vorher überlegt, eigentlich wollte ich zu jedem von uns einen catchy Satz sagen. Nachdem wir uns dann aber etwas länger unterhalten haben, ist mir aufgefallen, eigentlich reicht ein Satz für uns alle. Und zwar, wir reden alle gerne und wir trinken alle gerne und auch viel. Deswegen sind wir auch heute, genau, wir trinken viel und reden noch mehr. Deswegen sind wir heute hier für euch. Und das Konzept vom Bildungstrinken wird euch jetzt Murphy noch einmal kurz erklären. Genau, weil wahrscheinlich niemand hier weiß, was Bildungstrinken ist und ihr alle die letzten beiden Jahre nicht da wart. Ich erkläre es noch mal ganz kurz. Das Bildungstrinken ist ursprünglich ein Podcast gewesen und die Vergangenheitsform ist nicht ganz zufällig gewählt. Aber ich fange vielleicht von Anfang an an. Vor vielen Jahren, also deutlich mehr als drei, bin ich häufig in eine Bar in Hamburg gegangen, das Le Lyon, arguably eine der besten Bars in Europas, und wurde dort immer herzlich willkommen geheißen, habe mich dann relativ schnell in diese ganze Cocktail-Sache reingenerdet, weil ich ein Mega-Nerd bin. Und diese ganzen Gespräche mit Bartendern waren immer sehr anregend und interessant. Es ging um Cocktails, es ging um Geschichte, es ging um Drinks. Und 2014 begab es sich dann, dass ich von einem guten Freund ein Aufnahmegerät geschenkt bekommen habe, schließlich und endlich. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich irgendwas damit machen. Podcast, mit wem rede ich denn viel, mit wem rede ich ihn gerne. Jawoll. Und so entstand Bildungstrinken. 2014 haben wir angefangen. Es gibt, glaube ich, 25 Folgen. Wir haben es also fast ein Jahr durchgehalten. Dann wurde der sonstige Stress zu viel. Deshalb ist es gerade so ein bisschen auf Pause. Aber dann haben wir relativ nahtlos auf der Republika-Bühne weitergemacht, jetzt zum dritten Mal. Und wir haben uns vorgenommen, diesmal keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Also... Drink on! Nicht spoilern. Okay. Soll ich mal übernehmen? Ja, also herzlich willkommen. Ich weiß nicht, haben schon die meisten, ich glaube noch nicht alle, aber haben schon einige einen Drink? Ja. Sie trinken eine Paloma, heißt das gute Getränk. Das ist auf Tequila-Base, da muss ich mich entschuldigen. Ich habe mich da eben verrechnet. Das hätte irgendwie für 250 bis 300 Becher reichen sollen. Ich war bei 180, 90 leer mit dem Tequila. Falls Ihnen der etwas stark vorkommt. Das war jetzt nicht so gewollt, aber ich habe probiert und Hagen und ich haben beschlossen, das geht auch. Schon okay. Nach so einem langen Arbeitstag hier. Tut mir leid, ist ein bisschen stärker geworden. Ja, es gibt eine Paloma. Das ist, wie gesagt, ein Drink. Relativ einfach. Tequila und eine Grapefruit-Limonade. Die heißt in Deutschland sogar Paloma. Das schüttelt man zusammen, gibt ein bisschen Limette rein und dann schmeckt es vielleicht nicht ganz so stark, aber eigentlich ganz erfrischend. Und wenn man über Tequila redet, dann denken viele von uns immer, also ich habe das zumindest so mit 16, also nein, natürlich erst mit 18. Das war dann so hinter der Pizzeria. Wenn man diesen roten Hut, das kennt man mit 16, ziemlich viel Tequila getrunken. Und danach schwört man sich, trinke ich nie wieder im Leben. Da hat sich eine ganze Menge getan. Der rote Hut hat sich verändert, der wird mittlerweile auch anders hergestellt, aber es gibt auch viele neue Tequila. Und es gibt jetzt sogenannten 100% Agave-Tequila, also Tequila, der nur aus der rein blauen Weber-Agave gewonnen wird. Das ist eigentlich das, woraus man Tequila macht. Das haben Sie hier im Brecher, das schmecken Sie so intensiv. Und wie gesagt, da hat sich sehr viel verändert. Mittlerweile wird Tequila bei uns in den Bars sehr beliebt und viel getrunken. Und eigentlich wollten wir Ihnen heute einen Drink servieren. Der hat den Tequila, den neuen Tequila, den guten Tequila berühmt gemacht. Das ist die Tommy's Margarita. Dann haben wir aber uns überlegt und gesagt, den kann man auf so einer Veranstaltung nicht machen, weil den muss man wirklich frisch à la minute aufschicken. Und wenn wir es für so eine große Menge machen wollten, das klappt leider nicht, dann schmeckt er nicht. Aber wenn Sie mal nach San Francisco kommen, ich glaube, San Francisco ist auch so ein... Kann man schon mal hinfahren. Genau, wenn man irgendwas mit Technik zu tun hat, ist man da manchmal. Und da ist für die Barkeeper so eins der sieben Weltwunder. Da gibt es das Tommy's Restaurant. Das ist ein alter mexikanischer Familienbetrieb. Papa hat es angefangen. Der ist gerade verstorben. Der hatte Diabetes. Und da hat er und sein Sohn sich eine Margarita-Variante überlegt, wo sie kein Likör reingeben, sondern Agavesirup. Also Zucker, der aus Agaven gewonnen wird. Und damit konnte auch der diabeteskranke Vater weiter trinken. Also ich kann das jetzt nicht medizinisch. Also verhaften Sie mich darauf nicht. Das ist jetzt Disclaimer. Das müssen Sie selber entscheiden. Aber das ist die Geschichte, die die erzählt haben. Und Tommy's Margarita, damit ist dieses Restaurant berühmt geworden. Achso, ich stecke ihn mal um. Wie gesagt, das ist sehr viel guter Tequila. Etwas Agavenzucker und frischer Limettensaft. Wenn Sie mal in San Francisco sind und so die echten Weltwunder besuchen sollten, sollten Sie da hinfahren und mal eine Tommy's Margarita trinken. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und der geschätzte Julio Bermejo, der jetzt das Restaurant leitet, der Sohn, der hat, wie gesagt, sehr viel für den Tequila getan auf der Welt. Der Sohn, der nennt sich selber der Tequila Ambassador. Der fährt um die Welt und berichtet über Tequila und hält tolle Vorträge und begeistert die Menschen. Und der hat mir vor zwei Jahren eine sehr interessante Geschichte erzählt bei Tequila. Zum einen ist es bei Tequila natürlich so, Mexiko ist natürlich ein relativ armes Land. Da gibt es relativ viel Landwirtschaft. Und man muss wissen, zum Beispiel Tequila wird aus diesen großen Agaven, das sind so Früchte, die im Boden wachsen, gewonnen. Und einen so einen Ball, der wiegt ungefähr, weiß ich nicht, wie viel Kilo, 20, 30. Auf jeden Fall kann man aus einem Ball neun Liter guten Tequila machen. Und wenn man dem Bauer den abkauft, zahlt man glaube ich 90 Cent. Wenn Sie überlegen, dass eine Flasche guter Tequila hier in Deutschland im Handel 40 Euro mindestens kostet, mal neun, Einkaufspreis 90 Cent. Also da ist eine recht interessante Spanne, wirtschaftlich gesehen. Deswegen muss man manchmal gucken, wenn man einen guten Tequila trinkt, welchen man trinkt, weil da gibt es halt auch einige, die das relativ ausnutzen und die das relativ kriminell machen. Und er hat mir eine sehr interessante Geschichte erzählt, weil er ist weltberühmt geworden, dieser Tommy's Margareta. Und Ende 2014, Anfang 2015 ist plötzlich was passiert, was natürlich ein Horror ist, wenn man mit einem Drink über 20 Jahre weltberühmt wird und jeder Gast, der in dieses Restaurant kommt, nur diesen Drink trinken möchte. Denn plötzlich, er braucht so 40 bis 50 Kisten Limetten am Tag. Und normalerweise kauft er die für 15 bis 20 Dollar. Und plötzlich sind die innerhalb von vier Wochen auf 120 oder 180 Dollar hochgegangen im Preis. Das war natürlich für ihn, also die Küche hat alle Rezepte geändert. Nichts wurde mehr mit Limetten angemacht, nur noch mit Zitronensaft. Die Barkeeper wurden zum ersten Mal in dieser Bar angewiesen, Paloma anzubieten und keine Tommy's Margareta. Also wenn ein unbedachter Gast kommt, probieren Sie mal eine Paloma, super, weil kein Limettensaft drin war. Hat natürlich nicht ganz so geklappt, weil sie sind damit berühmt geworden. Und es kam aus Mexiko, weil der amerikanische Markt wird nur aus Mexiko beliefert mit Limetten. Da kam dann die Geschichte, dass irgendeine Krankheit auf den Limetten ist und sie deshalb so knapp sind. Man hat dann allerdings herausgefunden, dass die mexikanischen Drogenkartelle herausgefunden haben, wie viel Gewinn man damit machen kann. Und angefangen haben, von den Bauern Wegezölle zu nehmen und Bauern zu erpressen. Und die wollten halt sozusagen in legale Geschäfte einsteigen. Das machen die sowohl bei Tequila als auch bei Limettenanbau. Und wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man Tequila trinkt, wer vielleicht dahinter steckt. Nicht, dass wir die falschen Leute unterstützen. Genau. Nachdem Jörg Werbung gemacht hat, dass wir alle nach San Francisco fahren sollen, mache ich jetzt Werbung dafür und sage, fahrt noch ein paar Kilometer weiter, fahrt einfach direkt nach Mexiko. Ich war da letztens relativ lange, ein Vierteljahr. Es ist sehr schön da. Es ist halt doch nicht nur Drogenkartelle, sondern man hat als Tourist da echt eine geile Zeit. Ich erzähle euch von Tequila, der Kleinstadt Tequila. Tequila liegt ungefähr 50 Kilometer entfernt von Guadalajara. Das ist die zweite oder drittgrößte Stadt in Mexiko. Tequila ist wirklich so eine Kleinstadt, wie man sie sich vorstellt. Als ich da war, kam ungefähr auf jeden Einwohner ein Polizist. Das ist sogar für mexikanische Verhältnisse relativ viel. Ich habe dann mal gegoogelt, was man ja eigentlich nicht machen soll, warum da so viel Polizei ist und habe dann herausgefunden, dass eine Woche vorher irgendwie in einem Restaurant eine Schießerei war. Da sind acht Leute gestorben und deswegen ist dann halt jetzt so viel Polizei da. Also gesagt, Drogenkartelle sind ein großes Problem in Mexiko. Ein anderes großes Problem sind aber auch die Touristen. Tequila ist im Prinzip eine Folkloreveranstaltung. Also man kommt da hin. Meistens amerikanische Touristen werden in Busladungen da hingekarrt. Die sollen halt in zwei, drei Distillen gehen, dort möglichst beeindruckende Showrooms. Die sollen halt möglichst viel kaufen. Aber zum US-amerikanischen Einkaufserlebnis gehört halt auch irgendwie, du musst ein Sombrero kaufen oder irgendwie. Scheißegal, was die Leute sich halt so unter Mexiko vorstellen. Und die wollen das halt haben. Also gibt es halt auch die Nachfrage und entsprechend wird dann das auch geliefert. Denn die US-Amerikaner fahren sehr gerne nach Mexiko. Da ist nämlich alles billiger und es gibt besseres Wetter. Interessanterweise heißen aber natürlich die vielen US-amerikanischen Einwanderer, die es vor allen Dingen im Norden Mexikos gibt, die heißen natürlich Expat und nicht Steuerflüchtlinge. Das sagt auch relativ viel aus über das Binnenverhältnis der US-Amerikaner mit den Mexikanern. Ich frage mich jetzt auch immer, wenn man da eine Mauer bauen will, was man dann mit den ganzen US-Amerikanern macht, die in Mexiko sich einen schönen Lenz machen. Aber zum Glück muss ich diese Frage ja nicht beantworten. Ja, Tequila. Die gute Nachricht ist, es kommt rum. Wir machen weiter. Schnell durch Lauf durch die politischen Ereignisse hier. Ich glaube, kommen die rum, High-Board schon? Kommen schon andere Getränke? Die sehen ein bisschen dunkler aus. Ich höre einen Daumen hoch. Also wer das gleich irgendwann bekommt, ich weiß nicht, der sollte nicht ganz so stark sein. Wenn, hat andere das in Schuld. Also ich nehme auch einen starken. Du nimmst einen starken. Er sollte schon stark sein. Du nimmst einen starken für Hagen, bitte. Genau. Einen High-Ball bitte hier nach vorne. Einmal bitte auch an die Speaker denken, die die drehen hier auf der Bühne im Rampelicht. Wir verdurzt. Genau. Wir trinken jetzt einen Rum-High-Ball. Und tatsächlich ist da Folgendes passiert. Wir haben uns erst überlegt, welchen Rum nehmen wir? Und dann bin ich in den Keller gegangen. Ich bin natürlich auch ein bisschen Last-Minute. Hab das gestern Nacht natürlich irgendwie geklärt. Bin in meinen Bollermann-Keller gegangen und gedacht, wir haben von keiner Sorte genug für die Menge hier, die wir brauchen. Außerdem wollen wir keine Brands featuren, also machen wir ein Cuvée. Geht immer, geht immer. Also wir haben, ich glaube es war Blemms, Navy, das ist so ein ganz starker, ganz kräftiger Rum. Dann ein bisschen Havanna-Club, bisschen Angustora rum. Wir haben so von allen Inseln, haben wir so ein Cuvée gemacht, das passt ja viel besser zur Geschichte. Dann hat André noch so ein bisschen ganz viel Angustora reingetan, das ist so ein Gewürz für Rum, ist sehr gut. Also wenn Sie mal einen langweiligen Rum haben, nehmen Sie Angustora, können Sie das ein bisschen mit aufbessern. Schmeckt's meist wieder. Oder wenn Sie zu Hause so in der Gartenparty ein bisschen preiswert rangehen wollen, so ein Fläschchen Angustora hilft ja ganz gut, dann wirkt das gleich viel besser. Dann schmeckt das gleich ganz toll. Ich hoffe, ihr schreibt alle mit. Ich hoffe, ihr kriegt noch drei Drinks. Hier gibt's die Tipps vom Profi. Es gibt dieses YouTube, da kann man das gucken. Wenn man sich wieder daran erinnert. Warte, was war das noch? Internet. Machen wir doch nicht. Das Internet. Naja, auf jeden Fall, was man bei Rum wissen muss, wenn man gerne, also Rum ist sehr beliebt geworden. Rum. Übrigens der Heilbauschung, das ist einfach Rum mit Angustora, etwas Ginger Ale, hoffentlich jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr. Und dann etwas Zitrone. Sollte ein bisschen kräftig erfrischend daherkommen. Teste mal kurz. Ja. Kann man sehr gut trinken? Ist es zu stark? Ja, es ist furchtbar. Ich habe sehr viel Mitleid mit allen. Es tut uns leid, wenn ihr betrunken werdet. Wenn man gerne rumtrinkt, wie gesagt, Rum ist eine Spiritose, die auch sehr beliebt wird. Man nennt es immer so, es ist halt eine dunkle Spiritose in der Regel. Es gibt natürlich auch hellen rum, aber der dunkle ist sehr berühmt geworden. Der hat im Moment so einen kleinen Siegeszug. Und wenn man sowas hat wie Kognak oder Whisky, das sind natürlich die anderen dunklen Spiritosen, aber da sagt man in der Regel, die sind halt sehr, sehr teuer geworden. Wenn man Kognak kaufen will, zahlt man halt sehr viel für den Namen. Bei Whisky in der Regel auch. Und Rum ist noch so ein bisschen der Underdog. Da gibt es halt ganz viele Qualitäten, die man eher für die Hälfte des Geldes, was man für Kognak ausgibt, hat man hat was Schönes, Dunkles im Glas, was ganz kräftig ist. Auch da muss man ein bisschen aufpassen, denn die Jungs kommen natürlich aus der Welt, die ich sehr charmant finde, Lateinamerika und so weiter. Die haben halt so einen gewissen Lifestyle, wie sie es machen. Die schreiben zum Beispiel 23 auf die Flasche und nur in Lateinamerika ist es so, das heißt dann, da ist ein bisschen von 23 drin. Also man hat viele Fässer verschneidet, das alles und nimmt so mit der Pipette noch so vom 23-Jährigen so von oben. In Europa wäre das nicht erlaubt. Also wenn sie in Europa Whisky machen, dann muss das, was auf der Flasche steht, muss das jüngste Produkt sein. Wir sagen 10 Jahre alter Whisky, ist da mindestens 10 Jahre drin. Und wenn dann sowas wie Solera System 23 auf der Rumflasche steht, dann heißt das, da ist einer am 23-Jährigen fast vorbeigegangen, hat kurz reingeguckt, aber irgendwie ist da meistens 8 Jahre drin. Also nur, dass die sich nicht wundern, dass sie zu Hause sagen, guck mal hier, ich habe den 23-Jährigen alten Rum. Rum, wenn sie den wirklich haben wollten, müssten sie wahrscheinlich ein paar hundert Euro bezahlen, 500, 600, 700 Euro, weil das ist extrem selten. Weil es da so heiß ist, verdunstet hat extrem viel. Da kann man nicht so lange warten, bis es 23 Jahre alt wird. Und was der Rum immer noch macht, die geben relativ viel Zucker hinzu. Das ist noch nicht reglementiert, das wird gerade, da gibt es so Freak und die Nerd-Seiten, Nerd-Seiten im Internet. Also wenn man jetzt Rum trinkt, erst neuerdings haben die immer so Geräte, mit denen man Zucker misst. Die kaufen halt rum, halten die fest, wie das heißt, wer ist denn das Ding? Wenn man Zucker halt messen will, weißt du das? Ich habe es vergessen. Weil man hat festgestellt, dass die meisten auf so eine Flasche geben die 5 bis 50 Gramm Zucker. Dann schmeckt es halt plötzlich sehr gut, nur, dass die es wissen. Aber es gibt, wenn man über Zuckerrohr redet, denn daraus wird in irgendeiner Form rumhergestellt, gibt es leider auch ein paar Geschichten, die nicht so schön sind. Und den traurigen Part hat jetzt der geschätzte Hagen. Deswegen mussten wir vorher ein paar Drinks servieren und den Schwarz anziehen. Hagen, passend zum Thema in Schwarz. Passend zum Thema in Schwarz. Was kann ich am besten? Sachen kaputt machen. Ich mache jetzt eure Stimmung kaputt. Ich erkläre euch jetzt, warum das gar nicht so toll ist, was ihr hier gerade trinkt. Nämlich Zuckerrohr. Hauptexporteur der Welt ist Brasilien. 40% des gesamten Zuckerrohrs kommen aus Brasilien. Damit fast mehr als doppelt so viel wie der zweitgrößte Exporteur Indien. Das Problem ist, dass im Norden Brasiliens riesige Zuckerrohrplantagen herrschen, deren Besitzverhältnisse, sagen wir, fragwürdig sind. Die gehören Großbauern, weil niemand vorher sich jemals darum gekümmert hat, so die kleinen Bauern, die da gelebt haben, die haben halt nie das Land von irgendjemandem gekauft oder in Besitz genommen. Was sich dann irgendwelche Großkonzerne zugenommen haben und gesagt haben, ja, kaufen wir das halt und jetzt verdrängen wir die ganzen Kleinbauern. Das führt dazu, dass quasi Sklaverei auf diesen Feldern herrscht und die können irgendwo hin, weil sie sind halt Landwirte. Wenn man ihnen das Land wegnimmt, bleibt nichts. Das heißt, ihre gesamte Lebensgrundlage hängt an irgendwelchen Großkonzernen. Und Brasilien ist voll mit privaten Sicherheitskräften, die da rumgehen, diese Felder patrouillieren und die Kleinbauern ein bisschen fertig machen. Mit dieser kurzen kleinen Exkursion, ich glaube, ich könnte jetzt noch weitermachen. Die Frage ist, die Stimmung ist im Saal, ihr wart gerade eben lustiger drauf. Der dritte Trink kann kommen, André, der dritte Trink. André, wir brauchen mehr Alkohol. Ich habe mir also auf jeden Fall ein gutes Thema gesucht, so Bildungstrinken. Aber ey, es hieß Bildungstrinken, es hieß nicht Spaß trinken. Okay, wir warten. Und kritisch. Ich muss ja auch Bildung. Das ganz Interessante ist, dass aus dem Zuckerrohr halt auch Melasse hergestellt wird. Und Jörg, wie viele Drinks aus Deutschland bestehen eigentlich aus Melasse? Das ist tatsächlich also neutral Alkohol, wird aus Zuckerrohr genommen, wird Melasse genannt. Was ganz lustig ist bei dem aktuellen Gin-Boom, den wir in Deutschland und auf der ganzen Welt haben. Gin ist jetzt das super coole Getränk seit ein paar Jahren. Alle trinken plötzlich Gin. Und was man wissen muss von fast allen Gin-Herstellern, wenn man das vereinfacht darstellen will, ist Gin-Wodka, den man mit einem zweiten Destillationshersteller, oder mit einer Mazeration, also mit irgendeinem zweiten Schritt mit Kräutern versetzt. Deswegen, wenn Sie in der Bar stehen und sagen, ich trinke keinen Wodka, wäre ich vorsichtig. Wenn Sie das bei Gin behaupten und sagen, ich trinke keinen Wodka, müssen Sie ein bisschen aufpassen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Sie haben also neutral Alkohol. Und mit einer zweiten Methode, entweder Destillation, Mazeration oder irgendwas anderes. Also viel mehr gibt es auch gar nicht. Bringen Sie, eigentlich nicht. Ich überlege gerade, was noch sein könnte. Mehr geht gar nicht. Bringen Sie in diesen neutral Alkohol auf jeden Fall Wacholder. Dann dürfen Sie es Gin nennen. Und ein paar andere Kräuter und Gewürze. Und plötzlich haben Sie sozusagen kräuterigen Wodka und den nennen Sie dann Gin. Und die Ausgangsbasis, auch bei sehr hochwertigen Herstellern, die meisten neuen, gerade auch die deutschen Gin-Hersteller, produzieren den neutral Alkohol nicht selber. Sondern die kaufen neutral Alkohol und veredeln den dann in ganz tollen Anlagen. Nur das Ausgangsprodukt machen viele ganz wenige nur selber. Und seltsamerweise bei fast allen Herstellern, die kaufen halt sehr preiswerten Melasse-Alkohol. Sie sagen, der ist am neutralsten, da können wir am besten was mit machen. Muss man auch so ein bisschen kritisch hinterfragen. Weil auf der einen Seite, das ist jetzt so, dass die Halbliterflaschen dann schon 40, 50 Euro kosten. Und das Ausgangsprodukt, ich glaube, weit unter 1 Euro pro Liter liegt. Ich weiß es nicht. Also muss man auch mal ein bisschen nachgucken, was das ist. Wer es herstellt, wie es hergestellt wird. Da wird auch ein bisschen geflunkert. Und das Problem ist, es gibt ja tatsächlich einige Möglichkeiten, auch an fair gehandeltes Zuckerrohr zu kommen. Und gerade die kleinen Distillen, die ja so auf, hey, wir sind lokal, wir machen cooles Zeug stehen, achten da jetzt auch nicht unbedingt so drauf, wie das gehandelt wird. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich habe jetzt vergessen, wie dieses eine Schiff hieß, das sogar fair gehandeltes Zuckerrohr per Segelschiff transportiert. Das heißt vorne bis hinten fair. Könnte man machen. Wir geben eh sehr viel Geld für den Alkohol aus. Und die Kosten machen den Brei dann immer noch nicht fett. Selbst wenn der Zuckerrohr plötzlich dreimal so teuer wird. Zumindest für die kleinen Distillen, das bei einem Großkonzern. Ja, aber du schmälerst halt unter Umständen deinen Gewinn, ne? Ach so, scheiße. Hatten wir gesagt, dass wir Kapitalismus kritisch sind? Neoliberalismus. Ich glaube, mein kritisch. Kritisch, kritisch. Ich unterbreche das hier mal. Wir trinken weiter. Ich weiß nicht, warum da gerade keiner reinkommt. Wir haben sieben Helfer. Wo ist der Alkohol? Naja, sie brauchen, glaube ich, einfach ein bisschen länger. Ich glaube, die Lage ist einfach kritisch. Ich weiß nicht, wer reingekommen ist, hat die ganzen Becher gesehen. Es ist genug vorhanden. Vielleicht wird das abgefangen. Oder sie trinken einfach alle selbst. Wir brauchen mehr Alkohol. André, hörst du uns? Vielleicht kann jemand da draußen mal einen Status-Updater fragen. Das wäre schön. Ja, genau. Tumult hat die gesehen. André, die nimmt uns hier auseinander. Dann fangen wir mit der Stimmung kaputt in dem Moment in der Alkoholknappheit her. Super. Also ich dachte, die haben sie jetzt was hatten, wenn gleich Alkohol kommen sollte. Siggi! Ich sehe Alkohol. Siggi Glitzer, trink Alkohol. Ein Applaus für Siggi. Ihr Lieben Holzer, könnt ihr nach vorne kommen, weil die hatten nämlich vom Highball nichts. Die stürmen sonst gleich die Bühne. Genau. Es kommt mir. Nein, nein, nein. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir hatten ja nur einen Highball. Vielleicht kann einer da hinten André sagen, er soll nicht bremsen. Er soll immer weitermachen. Nicht bremsen. Das wäre also an dieser Stelle wichtig, bevor das hier eskaliert. So. Genau. Wir reden weiter. Der Drink. Für die auserwählte Gesellschaft hier, die den nächsten Drink bekommt. Kinderdisziplin. Ja. Genau. Also bitte. Jeder nur ein Kreuz. Es ist immer noch Bildungstrinken. Genau. Hier. Okay. Erst die Bildung, dann das Drink. Genau. Aber hier künstliche Verknappung erhöht die Nachfrage. Ja. Also wir sehen Kapitalismus im Reihenfolge. Max wäre stolz. Das macht sehr gut, wenn man die Aufmerksamkeit eines Bartenders haben möchte. Oder von Servicepersonal. Ja. Das ist ein kleiner Profitipp meinerseits. Man kann da sehr viel beeinflussen, wenn man das möchte. Wir sind hier noch. Ähm. Ich rede einfach mal weiter. Didi Glück. Ja, hier. Der Mann macht's richtig. Sehr gut. Mit den Scheinwedeln. Sehr gut. So gefällt mir das. Ruhig mal so lässig hochhalten, dann wird das auch so. Genau. Find ich's gut. Find ich's gut. Trinkgeld macht Freunde, ne? Genau. Trinkgeld macht Freunde. Ähm. Was trinken die jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, TIP ist übrigens die englische Übersetzung ist to ensure promptness. Und das wäre dann so. Das ist tatsächlich so. TIP heißt to ensure promptness. Also wer clever ist, tippt vorweg. Erklär doch mal, was es für einen Drink gibt. Genau. Ja, ich wollte ja. Ich komme ja gar nicht dazu. Natürlich. Bitte leise schnippen. Ich muss ja weiter reden. Jörg hat einfach keine Redezeit. Echt wahr. Ja, ich komme ja gar nicht dazu. Ja, go. Wir trinken jetzt, oder die, die das Glück haben, jetzt schon zu trinken, trinken... Manche. Jo. Einen Quince Tonic heißt das Getränk. Das haben wir uns für den Sommer, haben wir es gerade für die Bar gekauft. Das ist einer der, finde ich, tollen deutschen Gin-Hersteller. Der heißt Ferdinands. Und Ferdinands hat sich etwas überlegt, weil erstmal haben alle angefangen Gin zu machen. Und jetzt haben alle nach ein, zwei Jahren gemerkt, dass das jetzt alle machen. Jetzt haben sie überlegt, was macht man denn noch so mit Gin? Dann machen jetzt alle immer einen Slow Gin. Das ist eine alte Tradition. Technisch gesehen dürfte man das gar nicht Gin nennen. Aber in der EU-Verordnung darf man Slow Gin immer noch Gin nennen. Obwohl da eigentlich ein Likör ist. Das heißt, man nimmt Gin, nimmt Schlehen, Zucker und lässt das einfach sozusagen stehen und gewinnt daraus Slow Gin. Also das ist Gin mit Schlehen und Zucker. Dann meistens noch mit Wasser. Bitte? Ja, genau. Hier, ganz vorsichtig. Vorbildlich. Bitte nicht zu laut schnipsen wie in der Schule. Ich kann doch nicht... Du brauchst mich nicht angucken. Ich hab nichts. Du musst vielleicht deine weiblichen Reize spielen lassen. Das weiß ich nicht. Also, sorry. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, Ferdinand hat was ganz Interessantes gemacht. Die haben halt gesagt, wir machen nicht einfach, wir alle jetzt Quitten, Entschuldigung, Schlehen-Gin, sondern wir machen Quitten-Gin. Wir haben den Garten voller Quitten. Wir nehmen statt Schlehen einfach Quitten, haben ihren Gin genommen. Ferdinand macht immer Gin und gibt drei bis vier Prozent Riesling in den fertigen Gin. Dadurch wird er recht blumig. Und das Ganze haben sie jetzt sozusagen mit ihnen Quitten aus dem Garten abgefüllt, haben abgewartet, haben abgesiebt, mit Wasser etwas runtergesetzt auf 30 Volumenprozent. Und das ist jetzt Quitten, kein Gin, weil er hat zu wenig Alkohol. Der heißt einfach Quitte von Ferdinands. Ist aber die Basis ist Gin. Das Ganze mit Tonic ist für den Sommer ein sehr schönes Getränk. Ihr könnt euch eure Getränke auch teilen. Genau. Sharing is caring. Leos Republikateam, nächstes Jahr hätten wir gerne eine Pipeline hier installiert. Für das Drink-Delivery. Genau. Eine Quartell-Bong. Aber zum deutschen Gin. Vielleicht könnt ihr uns mehr Volumen geben, dann ist das bestimmt für deutschen Gin. Deutscher Gin, genau. Gin-Bong und alle kommen nach vorne auf die Bühne. Wir haben einen sehr, sehr großen Fächer. Ja. Genau. Deutscher Gin. Mit Gin verbindet man ja immer so England und die Navy und die Queen und Kolonialismus und Kram und vielleicht Malaria. Mit Deutschland eher so den Korn, den Wein und den Kümmel. Ich kann einfach aufhören zu reden. Das ist eh wurscht. Die hören schon zu, die tun nur so. Gin ist ja eigentlich schon eine kontinentale Sache. Der Anfang kommt aus den Niederlanden, wo es als Geneva am 17. Jahrhundert erfunden wurde. Und dann... Ja. Okay. Also, Quince-Nicht-Gin mit Thomas-Henry-Tonic. Genau. Wo es als Geneva erfunden wurde, wurde dann von britischen Truppen, die im Krieg gegen Spanien unterstützt haben, zurückgenommen auf die Insel. Dort ein bisschen weiter verfeinert, in besseren Kupferblasen erstilliert. So entstand quasi der heutige Gin. Und kamen dann erst relativ spät, nämlich mit den alliierten Truppen wieder zurück nach Deutschland. Wo es schon eine sehr lange Brennkultur, Distilleriekultur gab. Eben diese Obstbrände und ähnliches. Und die haben auch relativ früh angefangen, den Gin nachzumachen, aber in sehr kleinen Batches. Und dann so 2005, 2006 ging es los mit richtig wirklich deutschem Gin. Und ich glaube, die ersten waren wirklich die Adler, Dry Gin-Leute aus Berlin, die das auch ein bisschen größere Maßstabe aufgezogen haben, Deutschland vertrieben haben. Und so richtig durch die Decke ging es aber erst etwas später. 2009 kommt dann irgendwie der Duke Gin. Komm, bevor es schlecht wird. Kam der Duke Gin. Auf einen, beiden kann man auch nicht stehen. Richtig. Also drei Beine. Soll ich dir einen abnehmen? Anyway. Ja, hier, ich habe ein halbeleeres Nein. Hagen, du bist so selbstlos. Weißt du was? Während ich rede, kannst du schon mal trinken. Okay. Ja. Famous Last Word. Jedenfalls. 2010 wurde Monkey 47 gegründet. Monkey 47 ist wahrscheinlich vielen so der Inbegriff des deutschen Gins oder des Craft-Gins, der erste, der groß bekannt wurde. Denn der wurde 2011 in einer riesigen Blindverkostung ausgewählt als weltbester Gin. Und ab da explodierte es, Monkey 47 explodierte, alle anderen in Deutschland haben offenbar das dringende Bedürfnis empfunden, dem nachzuziehen. Und seitdem gibt es gefühlt jede Woche zwei neue Gins. Und das ist mittlerweile so weit gekommen, dass Monkey 47 Anfang dieses Jahres verkauft wurde an Pernod Ricard. Pernod Ricard ist eine Leute von Havana Club. Also einer der größten Spiegelosenkonzerne der Welt. Und die Frage ist dann so ein bisschen, okay, der Hype ist vielleicht vorbei. Ist das noch Craft-Gin, wenn die jetzt dem größten Unternehmen gehören? Ist vielleicht mal genug? Kann man vielleicht ein bisschen Innovation zeigen? Und da gehört eben dieser Quitten Gin dazu. Oder, sorry, der Quitten nicht Gin, weil er nicht genug Alkohol hat dazu. Ferdinands kommt, wie ich übrigens, aus dem Saarland. Und eine wichtige Größeneinheit für die Bezeichnung Fußballfelder und ähnlichem. Ohne Saarländer wäre es ganz schwierig. Und ich meine, aus Quitten Sachen herzustellen ist echt kein Spaß. Wer mal Quitten geerntet und geschält hat, der weiß Bescheid. Also das hat Enjoy. Macht ihr das im Saarland so als Hobby? Ja, wir haben relativ viele Quittenbäume. Und dann müssen die Kinder immer da so die Quitten pellen und schälen. Sind auch ein bisschen giftig, glaube ich, alles nicht so. Ihr hattet ja sonst nichts. Ja, aber wir werden stärker dadurch. Das können alle anderen halt nicht beurteilen, weil niemand kommt aus dem Saarland. Saarland ist ja auch so ein bisschen das Bielefeld Deutschlands. Aber wir existieren. Jetzt kann ich einen neuen Drink gebrauchen übrigens. Jörg hat deinen weggegeben. War das sein, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, Hagen hätte etwas formulieren können. Wenn du als Redner auf der Bühne einen Drink angeht, dann suchst du jemanden charmanten im Publikum und verteilst ihn natürlich. Ich bin schockiert. Hagen sucht sich selbst als charmantes Mitglied auf der Bühne. Das ist auch wieder das gesunde Selbstvertrauen, das mag ich, das ist auch gut. Okay. Also Quitten. Ja. Gut. Wir müssen weiter trinken. Das ist hier ein ernstes Programm. Ja, genau. Ich weiß ja, ich war zwischendurch mal kurz draußen. Sorry, ich musste kurz mal gucken, aber es kommt noch nach. Ich habe es alles gesehen. Es ist alles da. Ja, ich hoffe das. Ja. Bitte bleiben Sie ruhig. Alles wird gut. Ihr könntet in der Zwischenzeit noch mal applaudieren für André und die Helfer, die hier echt Serben schicken. Vielleicht das Wichtigste an allen guten Bars ist das gute Back-Office. Und wenn Sie sozusagen uns oder mich oder doch, eigentlich uns alle, aber das hat ein bisschen was mit uns, also mit Boilerman Bar, mit Lilian zu tun, das kommende was jetzt ist. Also wenn Sie uns tippen möchten, hätte ich eine Bitte. Bitte. Wenn Sie ein cleverer Bildungstrinker sind, was Sie natürlich hier allein teilen, sonst wären Sie ja nicht hier. Spätestens nach dieser Session. Genau. Dann haben Sie natürlich folgende Regel beachtet, keine Tweets seit 45 Minuten gesendet, weil jeder Gast mehr würde bedeuten, jemand der Ihnen den Drink wegnimmt. Ich hoffe, soweit ist, ich check das nachher, ja. Also wer jetzt irgendwie vorher getweetet hat, der ist nicht ganz verstanden. Nur so fürs nächste Jahr. Nicht zu früh anfangen zu tweeten, immer erst die Bilder machen und dann so eine Minute vor Ende raushauen, 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 raushauen. Das wäre also ganz gut. Letztes Jahr waren wir übrigens Trending Hashtag für zwei Tage in Deutschland war Bildungstrinken und wir haben das ein bisschen abgefeiert. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr hier so die Challenge jetzt könnt ihr langsam anfangen. Drei oder vier Tage schaffen wir, oder? Also, ja. Ich meine, der Saal ist größer. Hier wird die Grundlage gelegt, ich höre euch sehr dankbar. Jeder nur ein Tweet pro Drink. Aber ich möchte euch. Also, doppelt voll. Okay, wir müssen weiter machen, ich weiß, ja. Das ist tatsächlich im Moment eine räumliche Geschichte, weil er ist sehr viel in Berlin, ich wohne halt in Hamburg, habe da sehr viel zu tun. Wir geloben Besserung, wir werden demnächst, oh, ist da ein Tablett mit Gläsern zerfallen? Nein. Ihr müsst alle sehr tapfer sein. Ja, genau. War es Alkohol oder war es irgendwas Regales? Das halten wir nicht durch. Genau. Wir sind hier auf der Republik. Alles okay? Nichts passiert? Ja, sieht gut aus. Niemand blutet, alles ist okay. Also, wir haben gerade über Gin... Ah, 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 ah. Da kommt Nörgelknäte. Da kommt mehr Alkohol. Ja, komm! Auch ein Tipp, wenn ihr auf der Suche nach Freunden seid, bringt Alkohol. Es funktioniert. Also, ich mache übrigens, wir machen öfter so Tastings im Le Lyon und so, und da machen wir solche Abende, wo wir halt über das Trinken reden. Und da ist nochmal meine Philosophie, die Bank gewinnt immer, weil am Ende des Abends, egal wie schlecht es vorher war, fand alle den Abends super, sie müssen nur genug Alkohol schicken, das ist immer ganz hilfreich. Aber er erinnert mich nicht an mein letztes Gin-Tasting im Le Lyon. Nein, nein, das... Oh Gott, nein, 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 nein. Diskussion, Diskussion, nein, nein, nein. So, wir wollen weiterreden, und zwar... Nicht wirklich. Ich brauche jetzt nochmal ganz kurz Ihre Mithilfe, denn wir müssen jetzt ein bisschen gesellschaftskritisch über Marketing reden, denn Spirituosen, das nennt man halt so die Fast Moving Consumer-Guts mit einer sehr hohen, bei Premium Spirituosen ist eine extrem hohe Marge, sehr wenig Wareneinsatz oft und so weiter. Einige machen solide Handarbeit, da ist okay, viele blenden da. Und das ist natürlich unser Geschäft. Wir als Barkeeper müssen gute Produkte weiterverkaufen, weil sie die auch gerne probieren wollen. Aber wir haben uns im letzten Winter einen kleinen Spaß erlaubt. Und da bräuchte ich jetzt Ihre Hilfe, weil was Sie jetzt trinken, ist der Nörgelknete-Highball. Hat jemand von Ihnen schon mal was von Knete-Gin gehört? Hands, please. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Da sind zwei, zwei, drei, vier. Es sind noch nicht so viele, es sind ein paar. Okay, sehr gut. Ihr seid die First Movers. Ich gebe hier mal so Influencer. Zur Enttäuschung sind die Flaschen leer. Wir werfen die mal ins Publikum. Die kommen jetzt ja gemixt in die Menge sozusagen. Es sind Sammlerstücke, aber ich würde Sie trotzdem bitten, ich erzähle Ihnen gleich, warum das ein Sammlerstück ist. Ich würde Sie trotzdem bitten, Sie durch die Menge zu reichen. Und wer uns helfen will, muss ein Foto davon machen. Und ich erzähle Ihnen gleich, welche Geschichte dazu. Gebt die mal durch. Bei der Knete-Gin, da steht ganz ehrlich drauf, es ist ein industrielles Produkt seit 2015. Es ist Deutschlands erster Hip-Hop-Wannabe-Dr. Dray-Gin. Geht's einfach mal durch. Wir haben einfach im Flaschengroßhandel, die richtig billig und massiv aussieht. Wir haben so eine Literflasche gesucht, haben dann so ein Etikett drum gebaut. Weil wir mehrere Editions haben mittlerweile. Also wir arbeiten gerade am Distillers-Cut. Da ist vorne so ein kleiner Affe drauf mit einem Basecap. Der nächste hat dann so Grills und ist so ein Pimp. Also die Distillers-Cut-Edition kommt relativ schnell. Sie müssen dann aber nur das Etikett austauschen, nicht die Flasche. Also der Inhalt ist der gleiche. Wir nehmen einfach mehr Geld. Wir spielen so ein bisschen mit dem Marketing von Gin. Weil die Geschichte zum Knete-Gin ist folgende. Und den Drink, den Sie jetzt haben, ist der Nurgel-Knete-Highball. Ich hoffe, es schmeckt Ihnen. Die Geschichte ist folgende. Es gibt eine ganz tolle Bar in Berlin. Das ist die Boost Bar. Yeah! Boost Bar! Represent! Ich würde Ihnen jetzt gerne sagen, Sie müssen da heute Abend alle trinken gehen, weil das ist richtig gut. Die Schwierigkeit ist, die sind vor ein paar Wochen abgebrannt, leider. Also so richtig, so mit Physik. Wir waren drin, wir haben es uns angeguckt. Die machen neuerdings dann immer irgendwo so Pop-Up-Bars für eine Woche. Die bauen ihre Bar gerade neu. Gibt es heute einen Pop-Up? Heute Abend leider nicht, aber morgen Abend gibt es in der Boost Bar Location Terrassenausschank. Aber das passt auch super, weil heute Abend sind wir ja alle hier auf der Party. Heute Abend sind wir alle hier bedient. Ab morgen Abend in der Boxhagener Straße 105 in Berlin-Friedrichsa in Boost Bar Terrassenparty. Be there. So, und was wir uns dann erlaubt haben, also die Jungs, wir haben einen Bildungstrinken-Podcast in der Boost Bar gemacht. Und dann haben uns die Jungs von der Boost Bar erzählt, unser bestverkaufter Drink ist die Nörgelknete. Da habe ich ihnen angeguckt, was ist denn das? Hab ich noch nie im Leben gehört. Da hat er gesagt, ja, kann ich dir jetzt nicht machen, weil das haben wir nur im Winter. Das ist eine Geheimzutat. Muss aus Thailand importiert werden. Ja, genau. Das sieht übrigens so schön aus, wie du hier mit der Flasche in der... Wir haben ehrlich gesagt eine Literflasche mit Henkel gesucht, aber nicht gefunden. Das wäre noch besser gewesen. Auf jeden Fall haben wir, sind die dann im Oktober ins Lelion gekommen und haben gesagt, jetzt haben wir unsere Geheimzutat. Wir können dir mal eine Nörgelknete mixen. Kann ich auch eine haben, bitte? Dann ist er bei uns hinter die Bar gegangen und hat eine Nörgelknete gemixt und ich habe das probiert und fand das sehr lecker und habe ihm gesagt, also ehrlich gesagt, es schmeckt so ein bisschen nach... Niemand liebt mich. Es schmeckt so ein bisschen nach Tee. Nein. Dann hat er gelacht und hat gesagt, weißt du was, das ist ein großer Witz. Dankeschön. Wir nehmen einfach irgendeinen Gin und geben da eine spezielle Teemischung rein. Wir nehmen einfach den Gin, den wir gerade wollen und geben da eine sehr starke Teemischung rein, lassen das eine Stunde ziehen und nennen das einfach Knete-Gin. Das ist technologisch hoch anspruchsvolles Verfahren, dass man braucht eine Spülmaschine dazu, also eine Spülmaschine und einen Ziploc-Beutel, weil man dann nämlich den Tee und den Gin in einen Ziploc-Beutel und die Spülmaschine gibt bei 65 Grad, dadurch wird verhindert, dass der Alkohol irgendwie verdunstet und entweicht, aber der Tee entfaltet sein Aroma und geht in den Gin. Also, ja, kannst du vielleicht das mal kurz erklären? Bildung, trinken. Mach ich das Wort, mach ich das Wort. Auf jeden Fall haben wir dann folgendes gemacht, wir haben gesagt, das finden wir super, wir möchten den Drink bei uns in Hamburg auf die Karte nehmen und draufschreiben, dass wir ihn bei euch geklaut haben, also nehmen wir den Nörgelkneter Highball auf unsere Barkarte. Dann haben wir halt Gin mit Tee gemischt und haben uns überlegt, das sieht ein bisschen doof aus, wenn eine Flasche im Rückbefehl steht, wo nichts drum ist. Die ist einfach leer und braun. Also haben wir uns gedacht, entwickeln wir einfach eine Gin-Marke, die es nicht gibt. Und wir haben seitdem viele hundert Bestellungen bekommen und viele Großhändler-Anfragen. Wir sagen immer, ist gerade ausgezogen. Weil man darf, also technisch gesehen, da steht sehr viel auf der Flasche drauf, was nicht erlaubt ist. Da steht kein Alkohol, da steht, das hat 47 Beats per Minute. Also da steht eine ganze Menge Quatsch drauf. Ihr lacht, habt ihr euch das Etikett nicht angeguckt oder was? Ja, genau. Und ich würde euch bitten, wenn ihr mir helfen wollt, macht ihr ein Foto von der Nörgelknete, vom Knete-Gin und ladet das irgendwie hoch und ihr erhöht die Nachfrage von einem Produkt, was es nicht gibt. Und es ist relativ einfach. Ihr nehmt einfach Gin und eine gute Teemischung und probiert das mal zu Hause aus. Das schmeckt in der Regel nämlich sehr gut. Und das Ganze, was wir dann noch gemacht haben, wir haben einfach Ginger-Aid drauf gegossen, Spritzer Zitrone und Angustora und ich finde, es schmeckt sehr gut. Ja, haben wir noch ein bisschen Nörgelknete? Ich hoffe es. Da kommt noch ein bisschen, da kommt noch ein bisschen. Feuer. Naja. Okay, genau. Happy Drinking, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende unseres Redebeitrages. Wir sind jetzt voll. Genau. Nicht am Ende des Alkohols, hoffe ich. Bitte lass uns noch Alkohol haben. Ein bisschen ist er da. Das heißt, wir machen jetzt hier weiter. Genau. Ihr macht weiter, wir machen weiter mit Trinken, nicht mit Reden. Genau, nicht vergessen nachher auf der Mainstage dann alle zusammen angeschickert Bohemian Rhapsody singen. Sehr gut. Und wir geloben Besserung. Wir werden sicherlich demnächst mal eine Bildungstrinken-Folge nachlegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer jetzt schnell ist, kriegt draußen noch einen Drink. Vielen Dank euch. Auf euch. Was ist die Musik?